Sie zeigten, dass sie nicht nur Fußball spielen können, sondern auch Showtalent haben. Im Rahmen der traditionellen SVS-Playback-Show wurde der Jahresausklang gefeiert. Also ich muss ansagen, das hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Es ist, die Jugendlichen macht es sehr viel Spaß. Man sieht es, wie sie auf der Bühne agieren, sie zerreißen sie, es ist ein Spaß. Die Trainer machen hundertprozentig mit und die Eltern sind begeistert. Was will man mehr haben? Die Begeisterung dieser Playback-Show kann ja auch auf den Fußball übertragen werden. Das hoffe ich stark. Wir sind sportlich heuer nicht so gut unterwegs, wie jeder weiß. Aber gerade im Nachwuchs, beziehungsweise in verschiedenen Spielen haben wir sehr wohl gezeigt, dass wir besser sein könnten. Es sind aber unglückliche Umstände immer wieder dazugekommen. Aber diese Fußballfamilie, wie sie sich jetzt darstellt in der Mini-Playback-Show, das ist das, was wir immer der Höhepunkt des Jahres ist. Nicht in sportlicher Hinsicht, sondern das ist das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein. Und es ist mir besonders wichtig, dass die Kinder, die Eltern und die Betreuer immer Kontakt haben und sich wohlfühlen. Das bringt uns den Erfolg. Die Sonne scheint heute die ganze Welt. Die Nachbarschaft Wenn es heute lauter wird, dann tut es uns leid. Kommt vorbei und alles andere kommt dann von allein. Wenn man in dieser Stadt für den Sport zuständig ist, dann hat man große Freude. Ich bin wirklich beidrückt, was hier los ist in dieser Halle. Wenn es immer so wäre bei jeder sportlichen Veranstaltung, dann wäre es super. Aber ich bin überzeugt, es wird noch. Dann Dare, ich collects auf dem 옷g dice, wenn daekk'. Glo上面 sammeln. Meine Jahre. Ja. duas geht. Ja. Ja. Nein. Ich bin. Vielen Dank.